Jo, moin Leute, willkommen zur dritten Liga-Saison 2022-23 Predictions. Los geht's zum vierzehnten Spieltag. Alle Spiele live bei Sport auf Magentasport. Heute um 19 Uhr SV WNW-Spanen gewinnt gegen MSV Duisburg 3 zu 0. Dann morgen um 14 Uhr Borussia Dortmund 2 gewinnt gegen SV Verl mit 2 zu 1. SV Waldhof-Mannan gewinnt 2 zu 0 gegen Dynamo Dresden. Rosweiß-Essen schlägt FSV Zwickau mit 2 zu 1. Erster Cäsar Brücken schlägt SV Meppen 1 zu 0 knapp. Dann das Bayern-Derby zwischen Spielvereinigung Bayreuth und TSV 1860 München. Das Ganze geht 0 zu 2 aus für 1860 München. Herzlichen Glückwunsch! Erzgebirge-Auer unterliegt SV Elversberg mit 2 zu 4. Dann übermorgen um 13 Uhr SC Freiburg 2 spielt gegen VfB Oldenburg Spektakel 3 zu 3. Und dann um 14 Uhr FC Ingolstadt gewinnt mit 1 zu 0 gegen FC Viktoria Köln. Und am 31. Montag Halloween um 19 Uhr VfB Oldenburg gewinnt gegen Halleschar FC mit 4 zu 2. So, das war's vom 14. Spieltag der 3. Liga-Saison 20-22, 23-43. So lassen, leichter lassen, ab oder gut gekickt, schau. So lassen, leichter lassen, ab oder gut gekickt, schau. So lassen, beenheb dollars, ab oder gut . So lassen, leichter lassen. Untertitelung des ZDF, 2020